Hallo minecrafter Heute mal kein Let's Play Auch kein Let's Show Das da unten ist übrigens ein Baum Und kein Gemaltes irgendwas Nur ein Baum Ok Ne, ich habe einen Seed gefunden Von M Na ja, Dorf Vielleicht brauchbar Für einen der Gerne etwas Zum Start haben will Dann Schauen wir mal Neue Welt Ne weitere Optionen wollen wir machen Der Seed Seed Generator Nicht mehr Nicht weniger Kleingeschrieben Na komm Och Mensch Hast du auch schneller Ok Dschungel So Wir gehen mal schnell in Kreativ Na toll Da hat er wieder Probleme Gehen wir mal hier weiter Und hier ist das Dorf Ein kleines beschauliches mit Schmiede Und was haben wir hier drin Und was haben wir hier drin Und wo ist er Hier ist die Gäste Wir haben zwei Diamanten Entschwert Fünf Eisenbaum Was zu essen Obsidian Und ein Stück Rüstung Ist doch schon mal Ist doch schon mal nicht schlecht Und ein paar Dorfbewohner Genau Kann man das wieder haben Ohje Warte Ach Gottchen Da ist auch noch einer Ok Was willst du haben Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann vielleicht aber Chris bei